Hallo und herzlich willkommen zu Part 183, müssten wir sein, von Dauntless. Stimmt das? Keine Ahnung. Ja, wird schon stimmen. Ja, und noch ein kurzes Vorwort zum letzten Part. Ich habe euch ja mein Bild hier vorgestellt, das ich halt ganz gerne spiele, das ich jetzt eigentlich so durchgeballert habe. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, bevor ich es in den Kommentaren lese, weil dann kriege ich immer so Ausschläge und so ein Gramm. Natürlich ist das nicht ein Allheilmittel. Jeder kann spielen, wie er will. Wenn ihr supergeil im Dodgen seid, wenn ihr viel mehr Crit wollt, dann spielt mit Gerissenheit, was weiß ich. Wenn ihr guten Dodgen seid, braucht ihr natürlich keinen Schildaufbau. Wenn ihr zu viele Hits kassiert und euch kein Schild aufbauen könnt, gut, dann hilft eigentlich gar nichts. Dann braucht ihr auch nicht mit voller Gesundheit zu spielen. Ich finde dieses Bild halt, sage ich mal, relativ idiotensicher. Ich bezeichne mich selbst als Idioten. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, ich werde selbst sehr, sehr oft getroffen und so. Und dann ist es doch angenehm. Ich schaue zwei, dreimal rein, baue mir mit Eisgeborenen ein Schild auf, beziehungsweise heile mich damit und mit Scan baue ich mir ein Schild auf. Scan hat noch den Riesenvorteil, also die Erdfähigkeit, die Tarrafähigkeit, dass er halt gegen Blitzmonster mehr Schaden macht. Das heißt, wir haben am Schluss bei Malkarion noch schön eine Schadenserhöhung und ansonsten der Rest ist relativ idiotensicher und macht uns noch ein bisschen stärker, wilder, wütender und so weiter. Dieser Bild dürfte eigentlich auch mit einem Hammer spielbar sein. Schätze ich doch mal, ich gucke gerade selbst mal. Ich habe das noch gar nicht geguckt, also mache ich jetzt gerade mal so live mit euch. Ja, ist er auf jeden Fall. Ja gut, hier verändert er sich leicht. Da muss man eine Technik gegen eine Kraftzelle austauschen, ist aber auch möglich. Selbst mit den Dual Plates müsste er möglich sein. Ja, oder ist er spielbar? Mit dem Speer müsste er spielbar sein. Ich gucke mir das wirklich gerade mal an. Wo habe ich denn das gerade? Habe ich das überhaupt? Dürfte das hier sein? Ja genau. Also geht auch mit ihm sehr, sehr gut. Hier könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass das mit dem Speer gut funktioniert. Warum? Möchte ich noch ganz kurz sagen, bevor ich auf das eigentliche Thema des Videos hinaus will. Weil man jetzt zum Beispiel, man kann sich ja beim Speer diese Zelle, ich mache es mal gerade, ich hole mal gerade den Speer hier, Technik, Zelle, bla, und dann hier die Mod ausrüsten. Und dann kann man hier Speerspitze des Henkers auswählen. Plus 6% Schaden jedes Mal, wenn ein BMO verwundet wurde, stapelt bis zu 10 Mal, sollte man eigentlich nach dem zweiten, spätestens dritten Run in der Eskalation geschafft haben. Und da hat man einfach mal 60% mehr Schaden, was sich ja auch wieder auf die Heilung etc. auswirkt. Und man verliert nicht so viel Fähigkeit. Also der Speer ist ja an sich ein bisschen schwächer. Aber wenn der mit einer 10er Verwundung, also plus 60% Schaden hier rumrennt und hat Wut, hat wilde Raserei drin, hat die richtigen Mods ausgewählt und so. Halle Julia. Also das könnt ihr auch machen. Und dann am Schluss noch schön hier, dann könnt ihr euch wirklich einen Verwundungsdrang mitnehmen und dann am Schluss hier Malarion durchverwunden. Und das dürfte eigentlich gut klappen. Die anderen legen ihn hin, man verwundet ihn durch, hat noch mehr Teilschaden. Ich glaube, das mache ich tatsächlich mal und zeige es euch auch demnächst mal. Hier mit Scans Gehässigkeit. Ich glaube, das dürfte gut spielbar sein. Ich denke, da sind wir uns einig. Ansonsten, wer natürlich mit Raubtier spielen will, wer mit Berserker spielen will, wer mit was weiß ich was spielen will, macht es und habt Spaß damit. Macht das. Nur ich bin halt der Meinung, dass gerade Scan hier richtig, richtig gut ist, um halt die Gegenheilung zu haben, um den Schildaufbau zu haben, um halt einfach das auch zu schaffen und dass es auch die Anfänger schaffen. Die Pros, die gehen da eh durch wie Butter, so oder so. Aber gerade halt für Anfänger oder Leute im Midgame, sage ich mal, für die ist das, denke ich mal, absolut hilfreich. Das sollte noch gesagt sein. Wer mich unterstützen will, Montix, ist klar. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema vom heutigen Video. Ich habe jetzt eigentlich Bock, den Speer zu testen. Und ich habe Bock, mir da hinten den Bullen abzuholen. Den ersten für heute. Uh, Jagdpass-Erfahrung. Und zwar soll es heute um die Skillung hier gehen. Und da kann man auch Fehler machen. Zuerst möchte ich noch ganz kurz was erklären. Und zwar hier oben die Sachen, die schaltet man allmählich frei. Wenn man halt gewisse Punkte hier unten, ihr seht es ja, ich kann insgesamt 19 Talentpunkte vergeben. Also ich kann jetzt hier vergeben, bla bla, Feuer frei und so weiter. Und kann sie dann zurücksetzen. Und das kann man so oft machen, wie man will. Also wenn ihr euch da jetzt verskillt habt oder sowas, oder sagt, oh, ich möchte das so machen, wie Monty hier sagt, dann könnt ihr einfach hier Y drücken. Oder hier unten rechts steht es ja, zurücksetzen. Dann könnt ihr das zurücksetzen. Und ihr werdet praktisch pro Talentpunkt generell schon mal stärker, weil die Kraft und Resistenzen, ihr seht es ja hier, 38. Das wirkt sich hier auf Shrikes Eifer. Also auf die Laterne, auf eure Fähigkeiten. Laternenkondensator, wie auch immer, aus. Und deswegen werdet ihr oben dann ein bisschen stärker. Lasst euch nicht irritieren jetzt. Ich habe ja halt den Speer jetzt hier drin. Kann ich gerade mal nochmal ändern. Sonst vergesse ich es vielleicht selbst wieder. Was hatte ich? Die Fäuste, ne? Ja, Scans Zertrümmerer. Ja, die Mods werde ich dann gleich wieder auswählen. Das ist jetzt egal. Ihr seht das jetzt, 588 Kraft, 590 Widerstandskraft. Ja, so wird das dann halt berechnet. Und in der Eskalation sogar der dreifache Wert. Wert, also pro Level, den ihr hier aufsteigt, also wenn ihr auch zum Beispiel die Easy Runs macht und einfach nur durchballert, 6, 7, 8 Mal jetzt in dem Fall. Und dann kriegt ihr auch wieder einen Punkt dazu. Und ja, man kann das auch so machen. Sich da so erstmal hochballern und dann erst die schwere Variante spielen. Spielen ist aber eigentlich nicht empfehlenswert. So schnell wie möglich halt die schwere Variante spielen. Und dann schaltet ihr die Sachen hier frei. Und hier, ich erkläre das kurz hier oben, Kraftboost erhöht den verursachten Schaden und verringert den erlittenen Schaden für jede aktivierte Verstärkung im Kampf später. Man kann ja im Kampf später, ich glaube 4, ja man hat 4 Kämpfer nach jedem, oder 5 Kämpfer eigentlich, aber nach jedem Kampf kann man einen Skill hier auswählen, von denen hier unten. Und jedes Mal wird man dann auch wieder ein bisschen stärker und erhält ein bisschen Verteidigung dazu und so ein Gramm. Und ihr seht, wir haben jetzt wirklich super, super Runs schon gemacht. Und ich habe jetzt hier die letzte Stufe davon noch gar nicht freigeschaltet. Also das macht mich auch wieder ein bisschen stärker, offensiv sowie defensiv. Und die Kraft, generell die Fähigkeiten hier hinten, werden sich auch noch auf plus 50 erhöhen. Also da ist noch einiges drin. Das heißt, selbst die Runs, die ich euch jetzt zeige, wo ich vielleicht noch einmal umfalle, oder wo wir, was weiß ich, den hinten zwei Minuten legen, sondern in drei oder vier. Das ist noch mal steigerbar. Und wäre natürlich noch mal steigerbar, wenn man sich für ein offensiveres Kampfbild natürlich auch entscheiden würde. Und hier ganz am Schluss gibt es dann Transmog von halt hier dieser Malarion-Rüstung. Da gefällt mir eigentlich die Malarion, Malarions Blick gefällt mir eigentlich sehr gut, der Laternen-Skin da. Aber ja, ist ein anderes Thema. Jetzt hier generell zum Skillbaum. Und da habe ich auch mitbekommen, dass da viele Fehler machen und sich auch verleiten lassen. Gerade von den Endfähigkeiten, sage ich mal. Lässt man sich da gerne verleiten. Ich möchte ganz kurz was sagen. Und zwar sind manche Fähigkeiten generell schon aktiviert. Das heißt, ihr habt jetzt schon eine Chance, was weiß ich, von acht Fähigkeiten, die hier drin sind, welche zu bekommen. Wie kann das sein? Das seht ihr jetzt hier. Hier steht ja jetzt zum Beispiel Truppenziele plus 1. So könnt ihr das aufwerten. Auf plus 1 verusere 5% Schaden, teile zusätzlich 3,5% aus. Unten drunter steht ja aktuell. Aktuell ist es so, Truppenziele verursere 5% Schaden, teile 2,5% aus. Überall dort, wo aktuell steht, diese Fähigkeiten habt ihr eh. Das heißt, die werden eventuell eh kommen. Ich mache es mal ganz kurz. Die hat man sowieso. Truppenziele hat man auf jeden Fall. Sturmschild hat man. Das sieht man jetzt. Wenn ich jetzt da nichts investiere, bekommen halt die Leute 150 Gesundheitsschild. Wenn ich das auswähle, Henker, 10% Schaden, Arten des Lebens und so weiter. Und hier ist jetzt zum Beispiel die erste Fähigkeit, die ich dazu schalten kann. Das heißt, nach meinem ersten Run, da fällt mir gerade noch was auf, und zwar, was auch noch sehr, sehr sinnvoll ist, ist das hier. Das wusste ich nämlich auch nicht genau, was das ist. Ja gut, alles klar. Habe ich jetzt auch mal erhalten. Das erhält man automatisch. Man muss es nicht anwählen. Ich denke, das Einzige, was man wirklich mit A oder so auswählen muss, also man kann hier oben und kann dann drauf drücken, dann wählt man es an, so wie man es gerade gesehen hat. Und das Einzige, denke ich mal, ist das hier hinten. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Nur, dass ihr da oben vielleicht einmal drauf drückt, falls ihr da einen Bug habt und das wird nicht aktiviert oder so irgendein Quatsch. Also man bekommt da noch Schockkugeln dazu bei Patrouillentruhen. Jo, it's nice to have. Und dann halt die Verstärkung. Und hier, das ist auch noch sehr, sehr wichtig, zusätzliche Verstärkungsoptionen. Normalerweise habt ihr pro Eskalation nach so einem Run drei Fähigkeiten, die euch random von denen hier unten ausgewählt werden. Jetzt sage ich, jetzt nur um ein einfaches Beispiel zu machen, hättet ihr nur drei Fähigkeiten und die anderen wären alle weg. Das Spiel hätte jetzt einen Bug, sage ich mal. Dann diese ersten drei Fähigkeiten, sage ich mal, die könntet ihr dann bekommen, wenn ihr die drei Skill, die ganz normale in den Run reingeht. Ab diesem Moment hier, Quatsch, ab diesem Moment hier habt ihr vier Skillungen, die euch praktisch random vorgestellt werden oder Perks oder wie auch immer Verstärkungen hier, wie man sie auch immer nennt, Talentpunkte, die euch dann nach dem Kampf halt vorgeschlagen werden. Dann steht da zum Beispiel, wollt ihr Truppenziele auswählen, wollt ihr Sturmschild auswählen, wollt ihr diesen jenes auswählen. Oder es können natürlich auch hier stehen, zum Beispiel, wollt ihr Jagdfieber auswählen, verursare 7,5% Schaden, wenn ein BMOV erlegt wurde. Ja, jedes Mal logischerweise. Also, ihr seht es überall dort, wo aktuell steht, das kriegt ihr eh. Das habt ihr eh schon freigeschaltet, das zum Beispiel jetzt hier nicht, Bindungen des Konflikts, ansteckender Aufschlag auch nicht und so weiter und so fort. Hinten die Dinge habt ihr, glaube ich, alle nicht. Doch das hier hat man noch Vollgas, ist natürlich richtig geil, vor dem letzten Bosskampf. Ja, und die Sachen hier hatten wir auch nicht. Und da ist es meine Empfehlung, geht bloß nicht hin und skillt einfach alles aus. Also, es gibt, ich glaube, es gäbe sogar die Möglichkeit, alles auszuskillen. Meine Empfehlung ist wirklich, okay, skillt die Sachen aus, die ihr eh schon habt. Zum Beispiel hier jetzt, Truppenziele ist ein sehr guter Perk. Verursache 5% Schaden, teile zusätzlich 5% Schaden aus, für jeden weiteren Spieler mit Truppenzielen. Einfach zu den Leuten, also generell hat man einfach mal 5% mehr Schaden. So, wenn ich das auswähle, wenn ich das bekomme, ist okay, kann man machen. Teile zusätzlich 5% aus, für jeden anderen, der das noch macht. Das heißt, man kann maximal auf 20% Schaden kommen, immer. Man muss keinen Crit machen, man muss nicht ausweichen oder sonst was. Macht solche Dinge, die ihr immer habt. Versteht ihr? Wo ihr nicht irgendwie wenig Gesundheit haben müsst, ausweichen müsst, was weiß ich, wo ein Spieler umfallen muss, das werden wir gleich auch noch haben. Meine Lieblingsfähigkeit Lieblingsfähigkeit und so Dinge halt eben. Dann hier Sturmschild, alles leer, erhalten 15 Sekunden lang ein Gesundheitsschild, wenn du deine Laternenhaltefähigkeit verwendest. Erinnert euch an den letzten Part, als ich gesagt habe, ihr könnt mein Bild auch umbauen mit ätherischer Regulation und nicht Shrikes Eifer mitnehmen, sondern Emberman oder Drask oder was auch immer. Laternen, die ihr nicht, also schneller auslösen könnt. Und dann kann man hier immer den Gesundheitsschild halt spammen. Ist auch eine sehr, sehr nützliche Fähigkeit, kann man definitiv spielen, mache ich immer mit rein, hole ich auch immer, wenn ich es bekomme oder wenn ich es nicht mitbekomme. Andere haben es schon etliche Male, dann brauchen wir es vielleicht nicht. Aber auch dieses auf jeden Fall skillen, weil wenn er es jetzt so bekommt, 300 Gesundheitsschild ist schon jede Menge. So, dann haben wir hier Henker. Natürlich auch ausgehend, weil es ist hier aktuell eh schon am Start. Also bauen wir es so aus, dass wenn wir den Vorschlag bekommen, Henker zu, man könnte natürlich auch jetzt hingehen, jetzt nur rein theoretisch, es geht ja nicht, aber sagen, okay, die, wo ich gar nicht spielen will, lasse ich einfach weg. Ja, ihr wisst ja nie, welche Kombinationen irgendwie später kommen. Es könnte jetzt sein, zum Beispiel, ihr sagt jetzt nur beispielsweise, ihr spielt nie mit Sturmschild. Ihr spielt immer nur mit Henker und Offensivsachen. Jetzt könnte es ja sein, dass ihr die Henker und Offensivsachen schon habt, habt aber eine super schwache Gruppe und denkt euch dann vor dem letzten Bosskampf, Sturmschild wäre jetzt schon ganz nett und wenn Sturmschild dann nicht ausgeskillt ist, ist es natürlich scheiße. Also alles das, was ihr eh ausskillen könnt, wie jetzt hier Geschenk des Heilers, das spiele ich zum Beispiel nie. So, trotzdem skille ich es aus, geschenkt, weil es könnte ja mal sein, dass ich es brauche, warum auch immer. Also kann man es ja machen. So, und hier, jetzt werden zusätzlich drei Slayer um 200 Punkte geheilt, wenn ich mich da an einem Äther-Stot heile. Ist ganz nett, kann man machen. Genauso hier, Arten des Lebens. Ist natürlich für Leute, die mit einem Full-Life-Bild spielen, ist das hochinteressant und sehr, sehr wichtig. Für uns als Gerissen, äh Quatsch, als Eisgeborenspieler jetzt eher uninteressant, weil wir eh die Gegenheilung haben, aber auch dort, die Gegenheilung wird nochmal schneller. Das heißt, ihr droppt auf 10% Leben runter, ihr haut das BM auf gefühlt einmal und ihr seid wieder Full-Life, also 50% Live. Kann man also auch machen. So, Präzision des Duel landen und da kommt schon das erste Ding, was ich jetzt in unserem Bild nicht mehr skillen würde. Wir haben eine grundsätzliche kritische Treffer-Chance von 7,5%. Wir spielen nicht unbedingt auf kritische Treffer. Wir haben auch keine Gerissenheit drin. Würde ich tendenziell weglassen. Warum? Warum, sage ich später. Machen wir es mal so. So, Segen des Vorbilds, einem Angriff auszugeweichen, gewährt 10% Schaden für 20 Sekunden oder bist du 20, Moment, also, nee, richtig lesen. Einem Angriff auszuweichen, gewährt allen Slee an 10% Schaden für 20 Sekunden oder bis du Schaden erleidest. So, jetzt haben wir schon so ein Ding. So, jetzt werde ich das mal ausgillen, dann sind wir näher bei 20%. Wenn ich jetzt ausweiche, ich weiche jetzt beispielsweise aus und alle anderen erhalten dann, ich muss aber perfekt ausweichen, das ist nicht jetzt irgendwie nach rechts, links ausweichen oder so, das brockt nicht so oft, wie man denkt. Da müsst ihr mal oben mal drauf achten. So, und jetzt würden jetzt viele sagen, oh, das ist ja super geil, das ist ja die beste Fähigkeit, die ist ja super geil. und jetzt vergleiche ich das jetzt mal hier mit Truppenziele. Truppenziele habe ich immer, habe immer die 5% und habe immer 5 plus 5%, wenn es andere auswählen. Also, jetzt so vom Vergleich her, Truppenziele ist stärker als das hier. Klar, ist vielleicht auch jedem klar, als Synergieeffekt ganz geil, Truppenziele zu haben und das zu haben, ja, aber wenn ihr Truppenziele bekommt, wählt auf jeden Fall das aus. Also immer Sachen, die ihr eh immer habt, versteht ihr, und nicht irgendwie ausweichen müsst oder ihr erleidet wieder Schaden und dann klappt es nicht und so ein Kram. So, dann haben wir hier Jagdfieber. Jagdfieber ist für mich eigentlich der geilste Perk. So, den muss man auf jeden Fall verbessern. Ihr habt den ja eh schon auf 7,5% und wenn ihr den jetzt verbessert habt, ich glaube, ich schneide sogar in den Anhang nachher ein Video, wo ich Jagdfieber direkt am Anfang bekomme und da ist es so, plus 10% Schaden jedes Mal, wenn ein BMOV erlegt wurde. Ja, und das ist dann, das ist halt schon geil. Das erste, also ja, den ersten Kampf habt ihr diese Fähigkeit ja noch nicht. Nach dem ersten Kampf bekommt ihr eventuell Jagdfieber und ihr bekommt es ja mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn ihr nicht jeden Scheiß hier dazu skillt. Das heißt, wenn ihr nur möglicherweise 10 Fähigkeiten habt, die ihr überhaupt bekommen könnt und ihr habt dann vier Stück zur Auswahl, die dann euch angezeigt werden nach dem ersten Kampf habt ihr natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, also jetzt 40% in dem Beispiel, dass Jagdfieber euch auch angezeigt wird und da könnt ihr es nehmen und pro BMOV, das ihr dann legt, kriegt ihr 10% Schaden hinzu. Jetzt erinnern wir uns an das, was ich eben gesagt habe, wenn ihr mit dem Speer spielt und die Verwundungen da noch zufügt, dann habt ihr nachher im bestmöglichen Fall 50% Schaden hier über Jagdfieber dauerhaft dabei und der Speer hat nochmal 60% über diese Verwundung, Speerspitze des Hängers dabei. Das heißt, ihr habt 100% plus 110% Schaden immer. Ob ihr ausweicht, nicht ausweicht, irgendjemand einen Perk legt, irgendwas macht, was weiß ich, scheißegal. Also es ist richtig gut, das werde ich auf jeden Fall mal noch zeigen. Mit den Fäusten werdet ihr das jetzt gleich sehen, wie das auch richtig geil abgeht. Dann haben wir hier Bindungen des Konflikts. Erhalte für jeden wütenden BMOV 20% auf kritische Treffer. Erhalte für jeden äthergeladenen BMOV 50% zusätzliche Laternenaufladung durch Angriffe. So und jetzt sind wir natürlich bei dem Punkt. Das ist natürlich ein cooler, ist ein cooler Skill. Kann man machen. Hat man kritische Treffer gegen wütende BMOV oder sie sind äthergeladen und ihr macht ein bisschen mehr Laternenaufladung. Aber jetzt kommen wir genau an den Punkt. Ihr wollt andere Sachen. Ihr wollt hier Truppenziele. Ihr wollt Hengar haben. Also Hengar habe ich gar nicht aufgewertet. Hengar natürlich aufwerten. Hengar verursache 25% Schaden für jeden BMOV mit weniger als 50% Gesundheit. ist natürlich irgendwo geil wenn zum Beispiel zwei BMOV da rumlaufen und die sind unter 50% Leben dann ist es ganz okay sag ich mal. Und noch geiler ist es natürlich oder generell geil ist es halt ihr schlagt einfach ein BMOV unter 50% Gesundheit und da habt ihr einfach mal 25% mehr Schaden. Also beim Endgegner egal bei welchem BMOV ist halt richtig richtig stark. Wenn ich es jetzt umgekehrt rechne weil es ja nur ab 50% da ist die Fähigkeit habt ihr also auf den gesamten Kampf gesehen 12,5% Schaden dauerhaft. Die ersten 50% des BMOVs habt ihr es halt nicht und am Schluss habt ihr es dann halt. So und das ist natürlich auch schön 12,5% sozusagen jetzt richtig berechnet hier und hier nochmal 20% dauerhaft hier über Jagdfieber nochmal 50% dauerhaft merkt ihr so ein bisschen wo ich da hin will. Ich will jetzt solche Sachen haben die manchmal kommen die vielleicht kommen die nur kommen wenn ein BMOV in kritischen Zustand quatschenden wütenden Zustand oder sowas kommt das will ich einfach nicht. So was haben wir hier kritisches Herrschaftsgebiet kritische Treffer gegen BMOVs erschaffen eine Aura die langsam verfällt wenn sie komplett aufgebaut ist erhalten Slayer innerhalb der Aura 25% Schaden. Ist natürlich richtig geil wenn man auf ein Crit-Bild spielt aber ihr merkt es jetzt schon wir in unserem Fall mit unserer Skillung müssten schon die 3 Sachen praktisch skillen sag ich mal um halt oder das hier Präzision des Duellanten müssten wir skillen und das hier müssten wir skillen um überhaupt eine Chance haben das aufzubauen also auch das hier würde ich jetzt persönlich eher rausnehmen was wollte ich eigentlich sagen es gab da noch so ein anderes Ding ich glaube das kommt noch ja genau hier ansteckender Aufschlag verursache nach einem kritischen Treffer 75% des kritischen Schadens an allen BMOVs ich glaube das ist ein bisschen Übersetzungsfehler ich habe das jetzt mal gesehen in einem anderen Video ich werde es noch zeigen mit so einem Crit-Bild ist schon ganz geil dann werden andere Stellen des Monsters irgendwie auch so angegriffen und so ein Kram oder ich habe es eher so verstanden dass es eigentlich nur dann sinnvoll ist wenn mehrere BMOVs oder andere Monster kleine Monster da rumlaufen und ich schlage halt meinen Haupt-BMOV oder wen auch immer und dann kriegen halt die anderen Viecher halt auch den Schaden ab ist ganz nett nice to have aber auch hier warum da drauf skillen ihr könntet jetzt im schlechtesten Fall wir haben unser Bild und da habt ihr so eine Fähigkeit also ihr macht den ersten Kampf dann kriegt ihr hier ansteckenden Aufschlag vorgeschlagen kritisches Herrschaftsgebiet und irgendeinen anderen Scheiß sage ich mal und dann habt ihr eigentlich gar nichts gar nichts was ihr irgendwie auswählen könnt was euch irgendwie wirklich weiterhilft versteht ihr so ein bisschen wo ich da hin will also das würde ich nicht machen das würde ich nicht machen und auch Multi-Verstärkung verbessern verbessere alle Malkarion-Hass-Verstärkung erhöht die Dauer von Malkarion-Hass auf 15 Sekunden Malkarions-Hass bekommt man ja eh immer wieder vorgeschlagen also das kann man auf jeden Fall machen das habe ich gestern gar nicht gemacht fällt mir gerade auf also das könnt ihr auf jeden Fall skillen und so sind die ganzen Fähigkeiten die bekommt man nämlich eh vorgeschlagen das ist irgendwie wenn man ausweicht dass dann der kritische Trefferschaden hochgeht oder sowas das kann man auf jeden Fall machen solche Kram oder ich glaube auch wenn man die Laterne nutzt dass dann gewisse Fähigkeiten verstärkt werden kann man auf jeden Fall machen weil man hat sie auch eh so und jetzt kommen wir so ein bisschen dahin so meine Hassfähigkeiten schalte Eidolon-Verstärkung frei Multi-Verstärkung frei schalten das sind so kleine sage ich mal Strombälle die um euch rumfliegen und ganz wenig Schaden machen und auch hier habt ihr einfach das Problem die haben dann unterschiedliche Fähigkeiten manche wenn die Laterne genutzt werden werden sie irgendwie schneller oder sonst irgendein Gram aber nichts was mich irgendwie beeindruckt hätte ich habe gehört wenn man alle vier Stück hätte machen die alle paar Sekunden tausend Schaden ja ist nice aber um alle vier Stück zu haben müsste ich in jedem Run also nach jedem Run immer so einen beschissenen Malarion Quatsch Malarion Eidolon hier freischalten also lasst das bloß draußen wenn ich jetzt vergleiche wenn ihr jetzt viermal hier die Eidolon-Fähigkeiten haben wollt müsst ihr auf Truppenziele verzichten auf Jagdfieber verzichten auf Henker verzichten weil um alle vier zu bekommen logischerweise müsst ihr alle vier Kämpfe durchmachen und ihr habt die ganzen anderen Perks nicht ihr verzichtet auf 100% Schaden oder so irgendwas oder was auch immer ihr da bekommt oder die Gegenheilung oder was auch immer also macht das auf jeden Fall nicht Rudeltaktiken ist dann wieder sinnvoll gewährt allen Slayern 15 Sekunden lang 25% Angriffsgeschwindigkeit nachdem ein BMOV unterbrochen wurde wir spielen natürlich in der Gruppe macht das rein aber hier sehr wichtig sagt es an wenn es einer hat sagt es an ich habe Rudeltaktiken weil es ist völlig egal wer unterbricht der Buff kommt auf jeden Fall wir haben es auch getestet irgendein anderer unterbricht das Monster jetzt hier den Endgegner oder sowas Gegner fällt zu Boden alle bekommen Rudeltaktiken alle sind 15% 25% schneller und gerade jetzt am Schluss das End BMO4 Malarion liegt dann schön am Boden ihr könnt da reinkloppen und so weiter macht also absolut Sinn und haut richtig rein so dann haben wir Vollgas Verstärkung verbessern seht das ja auch und hier Verstärkung freischalten also man sieht es direkt schon im ersten Reiter eigentlich das ist mir gar nicht aufgefallen vorher ich bin auch so clever also überall dort wo verbessern steht das könnt ihr generell machen Verstärkung verbessern also machen wir es Vollgas hat dann die Fähigkeit erhalte plus 30% auf kritische Treffer bis der nächste BMOV besiegt ist ist eigentlich nur dann also wenn es kommt egal wann es kommt macht es nicht holt dann die anderen Fähigkeiten die wir jetzt ausgesucht haben sie sind eigentlich alle besser weil sie sind dauerhaft da außer vor dem letzten Endkampf dann ist es geil wenn er dann Vollgas bekommt dann macht das halt richtig Laune also mein Ziel ist eigentlich immer relativ früh Jagdfieber zu bekommen dann irgendwann Truppenziele zu bekommen Hänger dazu zu bekommen dann habt ihr schon Unmengen an Schaden fast 100% Schaden dazu knallt da richtig rein und dann ist es gegen Ende eigentlich mein Ziel immer Vollgas zu bekommen dann habe ich wieder schön hier mehr Grit ansonsten hole ich halt mal Rudelführer mit falls mir irgendwas anderes Beschissenes vorgeschlagen wird auf das ich jetzt gerade keinen Bock habe es sind ja noch andere Fähigkeiten die ausgelöst werden die jetzt hier gar nicht drin stehen zum Beispiel ihr habt einen Trank genutzt und dann kommt es irgendwas mit dem Alchemisten von wegen wollt ihr eure Tränke wieder auffüllen und wollt ihr dass euer Trank verstärkt wird mit Raserei Elixier oder was auch immer also das will ich eigentlich nicht und da kann es ja sein dass sowas vorgeschlagen wird und da hole ich natürlich gerne Vollgas mit und wie gesagt Vollgas ist eh eine Fähigkeit die man verbessern muss ist ja hier drin nur zum verbessern sie wird eh schon vorgeschlagen also verbessert man sie dann auch und dann zu meinen letzten zu den letzten Fähigkeiten hier Verstärkung freischalten Ruf des Helden gewährt allen lebenden Slayern 12 Sekunden lang ein Schild mit 200 Trefferpunkten und mit 15 Bewegungsgeschwindigkeit wenn ein beliebiger Slayer kampfunfähig wird vergleicht mal die Fähigkeit bitte und vergleicht sie mit der hier vorne Sturmschild hier kriegt ihr 300 Gesundheitsschild alle 15 Sekunden wenn ihr eure Laterne benutzt oder sogar noch schneller so und hier habt ihr einfach nur dann wenn ein Gegner umfällt äh Quatsch ein Mid-Slayer umfällt die 200 Trefferpunkte und ihr seid ein bisschen schneller unterwegs lasst so einen Scheiß raus ihr Leute das müsst ihr wirklich äh Oni du bist gegrüßt lasst so einen Quatsch draus ohne Witz also ja mir wurde dann auch gesagt ja ist ja ganz geil wenn man mit Randoms spielt und da fällt jemand um und so jo jo mag ja sein aber im schlimmsten Fall jetzt stellt euch einfach mal einen Run vor ich mach es mal noch weiter ich mach gleich ein krasseres Beispiel so dann die nächste Fähigkeit äh die Haltefähigkeit äh also auch Verstärkung freischalten die ist normalerweise nicht da die Haltefähigkeit einer Laterne erschafft einen Machtkreis der einem sich darin befindlichen Slayer 30% Schaden gewährt bevorzugt von Relikt äh äh Besitz dem Reliktbesitzer also ihr drückt eure Laterne und dann wird so ein ganz kleiner Kreis wird da um euch rum gemacht der ist kaum der ist gerade so breit wie ihr breit seid so praktisch so ein bisschen breiter und da drin machen alle 30% mehr Schaden kann man machen muss man nicht also ich könnte auch jeden verstehen der sagt ich lass das weg weil es ist nicht so mega geil weil man sich doch bewegen muss die Monster Monster rennen da rum es ist nur dann geil wenn halt das Monster eh zu Boden fällt und dann macht man halt die Machtposition hier also das hier ist so eine Kann-Geschichte kann man machen muss man nicht ich würde es sogar fast weglassen dass man eben die anderen Sachen die ich eben gesagt habe dass man die auf jeden Fall bekommt und donnernder Mantel sprinten kostet keine Ausdauer baut eine statische Ladung auf also man ist so ein kleiner Super Saiyan läuft da ganz schnell nach vorne und lädt sich so auf und bei der Aufladung äh verursacht der nächste Angriff innerhalb von 3 Sekunden 1000 Bonusschaden ist ganz geil wurde mir auch von meinen Gruppenmitgliedern die haben gesagt hier Montyx das musst du machen ist richtig geil und so weiter auch das hat mich nicht umgehauen wann sprintet ihr mal zum Monster und schlagt dann einmal rein so in unseren Runs wir hauen das Monster zu Boden kloppen da drauf kloppen drauf kloppen drauf das Monster versucht aufzustehen wir hauen es wieder zu Boden und so weiter auch selbst der letzte Endgegner der bei dem ist es ja so der 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 Malarion der fliegt so ein bisschen da rum da hilft das so ein bisschen das ist meiner Meinung das einzige wo das ein bisschen hilft man kann da rumlaufen und so man hat dann die Sprintkosten gespart und kommt nicht so in Ausdauerprobleme das hatte ich in manchen Kämpfen sogar gehabt dass ich ein bisschen Ausdauerprobleme gehabt habe aber da hole ich mir hier eine donnernde Mandel mit holt euch dann ein Ausdauer Elixier mit wie ich es glaube ich im letzten Part auch schon gesagt habe und da seht ihr die letzten 3 Fähigkeiten meine persönliche Meinung das hier kann man machen die Sachen eher rauslassen auch das hier die Eidolon Fähigkeiten auf jeden Fall rauslassen und gehen wir es nochmal ganz kurz durch also ich würde auf jeden Fall Truppenziele verstärken würde ich auch frühestmöglich also dann holen wenn es halt sinnvoll ist frühestmöglich versuchen wir immer Jagdfieber zu bekommen immer nach dem ersten Run zweiten Run selbst nach dem dritten Run kann man es noch machen dass man dann noch einmal Jagdfieber bekommt man kriegt halt dauerhaften Schaden für jedes BMW dazu holt es natürlich nicht vor dem letzten Endkampf da macht es keinen Sinn mehr weil der letzte Endkampf da macht ihr den Boss kaputt und dann bringt euch Jagdfieber halt nichts mehr wenn er die Belohnungen abholt da habt ihr 10% Schaden wenn ihr die Belohnungen abholt yeah ja und also holt euch Jagdfieber so schnell es geht dann holt euch Truppenziele Sturmschild wenn es euch angeboten wird und nichts anderes Geiles dabei ist oder je nachdem wie eure Gruppe ist Henker würde ich versuchen zu nehmen Arten des Lebens ja wenn sonst nichts anderes da ist sage ich mal Geschenk des Heilers habe ich nur verbessert dass es verbessert ist das ist jetzt so eine Fähigkeit die ich in meiner Skillung drin habe die ich eigentlich nie will also das ist jetzt schon sowas Negatives das mir angeboten werden kann ja und dann hier Präzision des Duolanten lasse ich raus Segen des Vorbilds kann man halt auch machen aber ist für mich auch eher sekundär bei meiner Skillung ist jetzt eher so wäre es jetzt schlecht ich kriege hier Geschenk des Heilers vorgeschlagen ich kriege Segen des Vorbilds vorgeschlagen ich kriege irgendeine Malarion Geschichte hier vorgeschlagen sage ich jetzt mal so das sind manche auch ganz gut und ich kriege was ist hier Arten des Lebens vorgeschlagen oder sowas dann ja oder hier Sturmschild dann würde ich mich halt für Sturmschild entscheiden versteht ihr warum ich das jetzt so geskillt habe oder ich kriege vorgeschlagen okay die Heiltränke da aufzuwerten und so ein Kram möchte ich auch nicht ich habe Tränke dabei passt schon so ja also so ist generell die Geschichte so Bindungen des Konflikts würde ich halt auch draus lassen weil dann habe ich nochmal die Möglichkeit dass mir sowas hier vorgeschlagen wird und nicht halt Jagdfieber relativ früh ansteckender Aufschlag möchte ich auch nicht die Malarion Sachen habe ich halt verbessert kritisches Herrschaftsgebiet lasse ich auch draus weil wir nicht auf Krit spielen Leute die natürlich voll auf Krit spielen Gerissenheit drin haben Disziplin voll drin haben werde ich auch mal machen wird sicherlich auch richtig geil sein also versteht mich da nicht falsch das wird schon knallen die können dann eher die Sachen hier oben skillen aber dann habt ihr keine Gegenheilung über Scan eventuell je nachdem wie euer Bild ist und so weiter und so fort also merkt ihr schon so ein bisschen wo ich hin will die Eidolon Fähigkeiten lasst sie bitte raus die blockieren euch nur die scheiß Plätze um auszuskillen Rudeltaktiken nur einer wie gesagt und alles andere Vollgas werden wir natürlich aufskillen um es möglicherweise im letzten Endkampf zu bekommen ansonsten wollen wir das eher auch nicht und die Sachen lassen wir auch raus und das Einzige was ihr euch überlegen könnt wenn ihr jetzt ein Krit-Spieler seid dass ihr halt eben würde ich auch nur noch die Krit-Sachen hier halt mit rein eben ansteckender Aufschlag wie ich schon gesagt habe und hier kritisches Herrschaftsgebiet und hier Präzision des Duolanten eventuell aber das kann man auch rauslassen die letzten drei Fähigkeiten würde ich persönlich fast immer rauslassen blockieren euch nur Plätze ihr denkt ihr wärt geil aber in Wirklichkeit ist es scheiße so das war es dazu ist meine persönliche Meinung ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben ich würde die Skillung so lassen so gefällt sie mir gut ich hoffe ich habe jetzt alles Wissenswerte reingebracht in die 30 Minuten die ich hier schon labere in den Anhang werde ich dann die Skillung halt ach Quatsch noch einen Run zeigen wo das halbwegs gut gelaufen ist glaube ich zumindest mal ich habe mir ein, zwei aufgeschrieben und dann habe ich irgendwann auch mein Aufnahmegerät ausgemacht und da hatten wir später noch bessere Runs wo wir alles nur noch weggehauen haben also wir sind ja immer stärker geworden ist ja logisch durch die Lateine alleine schon jo denkt dran wenn ihr mich unterstützen wollt wollt Montix und ansonsten sehen wir uns dann gleich im Anhang da sind noch ungefähr so 10 Minuten angeschnitten wo wir dann so einen Run da durchballern jo und dann bis gleich jo hier bin ich wieder und da sieht man dann unsere Truppe wie wir unterwegs waren Only Shadow Buds und ich jo was haben wir hier als erstes bekommen das oh je Helion jo Helion will man eigentlich hier in der Eskalation überhaupt nicht sehen ich hoffe das ist so klar geworden mit meiner Skillung die ich da jetzt so vorgeschlagen habe kann sogar sein dass in diesem Run hier ich habe den Run ja jetzt von den Runs von gestern rausgeholt sag ich mal und da haben wir stellenweise auch noch gewisse Fähigkeiten getestet also es könnte jetzt sogar so sein dass hier so ein Eidolon oder irgendwas sogar noch dabei ist oder diese Fähigkeit dass diese Malkarions Hassgeschichten dass die aufgewertet werden das ist mal eben beim Durchsprechen mit euch erst aufgefallen dass man das eigentlich skillen sollte ja das wäre hier noch mit 10 Sekunden und normalerweise will man es natürlich mit 20 Sekunden im Bild drin haben oder in der Skillung drin haben wir gucken jetzt einfach mal wie das hier läuft ich habe mir gestern einfach nur die Notiz gemacht ja das kannst diesen Durchgang hier kannst du im Video zeigen da war ich eigentlich relativ zufrieden damit ich gehe mal davon aus dass ich jetzt relativ früh Jagdfieber irgendwann bekomme oder sowas ich mache das jetzt wirklich live ich habe mir das gar nicht mehr angeguckt ich weiß nicht warum ich mir notiert habe dass das ganz gut lief werden wir gleich sehen ja und da seht ihr halt auch mein Scan-Bild mit dem ich da so um mich rumfetze ihr seht oben der Schild der aufgebaut wird ist also wirklich idiotensicher genau das Richtige für mich wir sehen etliche Teilbrüche ist halt so richtig geil sammle ich hier immer ein gibt es schöne Argsteine Klauenjuwele und der ganze Kram was dazu gehört also ich bin da völlig Freund davon und da haben wir es schon geschafft bekommen plus 12 Eskalationsanstieg also ihr seht es geht auch wunderbar in der Gruppe durch den K.O. Schaden den wir drin haben und so weiter geht das halt geil und jetzt kommt das was ich eben beschrieben habe jetzt kommen die 4 Fähigkeiten die mir vorgeschlagen werden wenn ich nicht so doof wäre den A-Knopf nicht lang genug zu halten Geschenk des Heilers Pack der Lebenskraft Segen des Vorbilds und was habe ich genommen äh was habe ich denn jetzt genommen ich glaube Jagdfieber oder ich glaube es war Jagdfieber ich habe es jetzt gar nicht gesehen gar nicht richtig ich hoffe es war Jagdfieber aber da habe ich es jetzt auch gesehen dass ich 1-2 Sachen schon wurden mir schon vorgeschlagen die ich gar nicht so geil finde so vom ersten Blick und wenn da jetzt noch mehr Zeug dabei wäre wie keine Ahnung was ich eben halt gesagt habe diese Endfähigkeiten da von wegen wenn einer stirbt dann kriege ich da Punkte dabei oder sowas könnte man jetzt machen dass wir alle komplett ausgeskillt sind überall schön unsere Punkte reinsetzen und jetzt kriegt jeder von uns am Anfang diesen Perk da vorgeschlagen und dann ist einer von diesen 4 Perks belegt Eidolon belegt noch einen da muss ich mir so ein Eidolon oder so ein Quatschperk da aussuchen deswegen ihr müsst auch die Skillungen ähm halt eben nicht ausgillen äh ihr kriegt die Talentpunkte ja dabei und ihr müsst das nicht machen also ich äh würde es so lassen wie ich es jetzt eben euch gezeigt habe mit den kritischen äh Sachen vielleicht dabei wenn man halt auf Crit spielt dann vielleicht irgendwas anderes rauslassen vielleicht auch aber das ist kaum möglich gewesen weil ich kaum was dazu geholt habe ja und die Crit Sachen noch dabei holen wegen mir aber ansonsten die Endfähigkeiten würde ich da echt rauslassen ich finde die überhaupt nicht gut ich glaube echt dass das so ein kleiner Blender ist genau wie mit dem Eidolon da denkt man wow das ist ja immer geil aber in Wirklichkeit ist das einfach nur ein Blender und der haut euch hier die Perks zu und ihr könnt die Perks nicht aktivieren hier machen wir es meistens so dass wir halt relativ zügig auf die schwachen Monster halt gehen wir suchen uns immer das Monster mit der wenigsten HP raus oder dass man gut knocken kann oder wie auch immer und dann gehen wir halt auf das nächste und hauen das halt weg und da seht ihr das jetzt auch ich habe 1200 Schild habe ich mir aufgebaut mittlerweile und haue einfach nur blind rein ohne nachzudenken ohne zu dodgen ohne alles also es kriegt jeder hin und die ich schon tausendmal jetzt erwähnt habe da ist ja noch etliches möglich an Steigerungen ich weiß gar nicht ob ich es mit dem ja ob ich es mit dem wie heißt es wieder mit dem Mantras hier richtig mache ich glaube einfach rein und gebe da mein Bestes sage ich mal das müsste ich eigentlich auch genau und jetzt hier die Spezialfähigkeiten da hauen wir ihn schon weg und das war es schon mit ihm ja etliches an Loot bekommen wir schön weil wir die Teilbrüche haben weil wir den Knockout haben etc also weil wir die Teilbrüche haben sehen wir auch hier Exoskelett Panzer und so weiter wir farmen da alles mögliche richtig krank ab auch bei Shroud wir haben da die wir haben glaube ich bei dem schon alles gebrochen außer seinen Schwanz ansonsten haben wir echt alles gebrochen was haben wir jetzt hier Rudeltaktiken habe ich da und jetzt glaube ich sage ich es auch an ihr seht es ja wie ich jetzt kurz hier so bleibe und sage ich nehme Rudeltaktiken dann wisst ihr Bescheid bla 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 und so weiter ist das so ja genau so war unser Gespräch und jetzt seht ihr auch oben meine vierter Buff genau es war Jagdfieber mein vierter Buff oben ihr seht einmal die gekreuzten Schwerter dann das Schild mit dem Aufstieg und die Angriffsgeschwindigkeit und der vierte Buff da steht jetzt so ein Schwert oder was das sein soll mit einer 2 drin und das ist dann Jagdfieber und jetzt habe ich schon 20% mehr Schaden ja ich habe jetzt Rudeltaktiken und und halt Jagdfieber und jetzt müssten wir es halt gleich sehen wenn wir jetzt gleich ihn mal unterbrechen weiß ich jetzt nicht ob das gelingt muss ich jetzt mal drauf achten dann seht ihr oben auch ein Perk also so ein Rudel halt eben so ein Wolfsrudel und da sind wirklich alle 25% schneller ja und da ist das eigentlich schon ganz gut gelaufen ich habe jetzt gerade gesehen jetzt sieht man hier Bazzinator hat Truppenziele ausgewählt und so das heißt wenn ich jetzt gleich zum Beispiel Truppenziele bekäme würden auch wieder alle möglichen Leute da gestärkt werden ich weiß jetzt nicht sieht man jetzt Rudeltaktiken nein ich glaube hier wirkt es gar nicht das ist wirklich nur beim Unterbrechen das hier war ja glaube ich ein Knockout oder so ein Unterbrechen vom Monster ausgehend also nicht wirklich ein Unterbrechen jetzt jetzt müsste eigentlich ein Unterbrechen kommen jetzt kommt er ja zurück guckt mal oben ob da irgendwas reinkommt ja genau seht ihr diesen vorletzten Buff oder den letzten in der oberen Reihe dieses Rudel da ja und jetzt machen wir halt noch schneller Schaden ist also richtig geil und was soll ich da jetzt mit Grid oder irgendeinem Scheiß anfangen oder mit die Slayer kriegen kriegen mehr Punkte wenn sie aufstehen oder was weiß ich keine Ahnung in so einem Müll halt ich habe mir das gar nicht gemerkt was für ein Schrott das war ja brauche halt kein oder irgendein Eidolon der jetzt da 250 Schaden alle paar Sekunden mal da reinballert das interessiert mich mal einen absoluten feuchten Furz so ja gehen wir weiter sorry für den Ausdruck so und nehmen uns hier die neuen Perks mit gucken mal Geschenk des Heilers Henker packt der Macht und dann seht ihr das ich gehe direkt zu Henker nehme ich mal an wenn ich mich nochmal gleich entscheiden müsste weil Henker habe ich immer und immer dauerhaft 25% also packt der Macht wäre auch noch ganz interessant aber ich gehe auf Henker und jetzt seht ihr das halt schön ich habe jetzt 30% mehr Schaden dauerhaft und wenn das Monster unter 50% fällt habe ich sogar 55% mehr Schaden dauerhaft so und das müssten wir jetzt gehen wir denke ich mal hier wo wen gehen wir da haben wir glaube ich rumdiskutiert gehen wir auf die Eule oder auf Quillshot und da sind wir doch auf Quillshot gegangen glaube ich zumindest mal ich habe keinen Plan ich kann euch schon verraten das angehongene Video hat 12 Minuten gedauert wir haben also in 12 Minuten wie viel 6 BMOVs oder was 6 BMOVs und das End also 7 BMOVs in 12 Minuten umgeklatscht und ja und halt den Endboss mit eingerechnet also das ist schon denke ich mal ganz in Ordnung 2 Minuten oder weniger als 2 Minuten im Schnitt sage ich mal und ja das ist halt wie ich schon sagte noch steigerbar falls mir jetzt jemand kommt mit Skane ist zu defensiv oder sonst irgendwas also wenn ich das in der Zeit packe denke ich mal ist absolut in Ordnung was soll ich da das Risiko eingehen dass ich es vielleicht in 10 Minuten oder was schaffe mit Raubtier und mit sonstigem Kram aber halt auch die Möglichkeit habe zu failen also da lasse ich eigentlich kaum mit mir diskutieren ich finde den Bild echt mega geil baut ihn euch so nach und ihr werdet es merken sagen wir es einfach mal so so und jetzt müsste der gleich auch down sein und dann müsste ich auch die 40% mehr Schaden dann haben könnt ihr oben auf das Schwert gucken genau so ist es jetzt 40% mehr Schaden Rudeltaktiken ist am Start weil irgendein Monster irgendwie zufällig glaube ich sogar unterbrochen wurde wenn das der Run war irgendwann ist Shrike glaube ich einfach an uns vorbeigeflogen es kann wirklich dieser Run gewesen sein da haben wir echt gelacht weil irgendjemand den zufällig dann gerade getroffen hat und da haben wir sogar Rudeltaktiken dann immer am Monster aktiv jetzt müsste es eigentlich gleich auch aktiv sein wenn es jetzt müsste es kommen genau in der ersten Reihe letzte Buff oder ich sehe jetzt ja dieses komische der Wolf der zum Mond schreit jetzt sind wir noch schneller und jetzt seht ihr das wie wir hier Shrike denke ich mal hier schön auseinander nehmen das dürfte eigentlich kein Problem mehr sein jetzt ist Henker auch aktiv sieht man auch schön an der Axt mit dem Schädel wo der so rein also die Axt in den Schädel da rein schlägt jetzt der letzte Buff oben der Reihe ich habe 40% mehr Schaden plus Henker ist am Start und jetzt wäre es natürlich schön weiß ich jetzt nicht was ich jetzt bekomme wenn ich jetzt Truppenziele oder ähnliches bekommen würde weiß ich nicht gibt es jetzt noch irgendwas anderes Geiles was ich für einen perfekten Run haben möchte boah keine Ahnung weiß ich nicht fällt mir jetzt nichts ein 1700 Schild also auch das super geil Defensiv mit Gegenheilung absolut geil man kann einfach stehen bleiben und reinballern ja ich brauche keine Heildränge ihr seht es ich habe keinen einzigen Heildrang benutzt das ist halt auch gut dann kriegt man nicht den blöden Alchemisten da vorgeschlagen so Geschenk des Heilers Vollgas ich sag es ja und das ist eigentlich mein Lieblingsding vor dem letzten Kampf dann noch Vollgas zu bekommen das heißt wir haben jetzt eine 30% oder 37,5% Crit Chance 30% durch diesen Buff und 7% durch Disziplin ich habe 50% mehr Schaden durch Jagdfieber und habe Henker noch mit am Start also absolut in Ordnung und Rudeltaktiken ist über mich gelaufen jetzt lasse ich mich da fressen hoffe dass meine Leute ihn unterbrechen genau das ist der Trick den ich euch gesagt habe jetzt habt ihr ihn so live mal mitbekommen und da gehen wir schon auf den Flügel da war so unser Ziel auf den Flügel gehen weiß ich nicht unsere Absprache war dann immer geil gehen wir auf den rechten Flügel gehen wir auf den linken und irgendwie haben wir dann auf beide Flügel geschlagen ich stand am rechten habe auf den rechten Flügel eingeschlagen da ging noch Teilschaden hoch Oni sagt an der rechte Flügel ist gebrochen yo Oni alles klar Gruß geht raus yo oder Shadow oder wie auch immer es war echt witzig teilweise oder ich kann mich ja auch getäuscht haben und am falschen Flügel gestanden haben war manchmal echt witzig ja und jetzt gucken wir uns das an wie wir hier das Monster da irgendwie halt dann legen ist eigentlich kein Problem mehr ich weiß nicht ob ich da noch irgendwie rumfäle jetzt glaube ich nutze ich meinen ersten Heiltrank das ist noch das habe ich jetzt ganz kurz erwähnt nur wenn man in den anderen Kämpfen so ist es mir bis jetzt vorgekommen also diesen Alchemisten den kriegt man teilweise auch doppelt dreifach vorgeschlagen wenn ihr in den ersten Kämpfen zu oft die Heiltränke und so einen Quatsch nutzt also auch wieder hier ohne die Eisgeborenskillung da spielt und so und ohne Schildaufbau und so und dann müsst ihr ja irgendwann mal einen Drang nutzen das bleibt ja nicht aus und dann kriegt ihr sehr sehr oft vorgeschlagen da sehen wir schon den ersten Teilbruch ersten Knockout wie auch immer ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst und dann kriegt er immer diesen Alchemisten-Trank-Scheiß da vorgeschlagen und ja das will ich ja eigentlich nicht klar ist es schön wenn mein Heiltrank da ein bisschen auch die Raserei oder was da drin ist das ist schon ganz witzig aber jetzt im Vergleich zu Henker oder halt Truppenziele im schlimmsten Fall oder oder Jagdfieber oder was weiß ich es ist halt wäre es übel wenn das mir als Perk vorgeschlagen wird und ich müsste das dann nehmen hier sehen wir dann einen schönen Knockdown und da gehen wir auf die Flügel drauf und ich denke dann dürften wir auch bald so einen Flügel brechen sehen das könnte sogar fast gewesen sein ne ah der jetzt jetzt ist ein Flügel gebrochen ich weiß jetzt nicht ganz welcher könnte meiner gewesen sein jetzt wird es schon gar nicht richtig angezeigt von den Schadenszahlen aber ihr seht es wir kriegen den genockt wir kriegen ja wir machen da alles kaputt jetzt haue ich da irgendwie drauf mir werden gar doch jetzt werden mal Schadenszahlen angezeigt also ich bin auf dem richtigen Flügel vielleicht schaffen wir es hier sogar beide Flügel zu brechen wäre natürlich jetzt wunderbar das zu zeigen vielleicht habe ich ja genau so war es auch ich glaube jetzt ist er gebrochen oder und das war der Kopf ich habe keine Ahnung auf jeden Fall ihr seht es ja wir brechen da alles es klappt wunderbar die Skillung ist super geil wir müssen nicht auf die Crit Crit ist ja auch immer ein bisschen Glückssache sage ich mal hat man viele Crits hat man nicht viele Crits so ein Kram hier hat man einfach die Schadenserhöhung einfach immer dauerhaft man kriegt es mit relativ großer Gewissheit da die guten Fähigkeiten sage ich mal ansonsten hätte ich mir Sturmschild oder ähnliches ausgewählt und hätte halt die Gruppe gebufft wäre auch nicht schlimm gewesen hätte mir Rudeltaktiken ausgewählt für mich persönlich jetzt für den eigenen Erfolg sozusagen ist es für mich ja schlecht wenn ich Rudeltaktiken habe das soll ja schön ein anderer soll das killen nicht ich ist ja klar ja ihr seht das er ist schon down war ganz easy weil dann habe ich persönlich selbst noch einen Perk frei wo ich was weiß ich was reinsetzen kann irgendwas was meinen persönlichen Schaden wieder erhöht und nicht ein Buff für andere und für mich halt auch ihr wisst glaube ich wie ich meine das soll es gewesen sein wenn euch das ganze gefallen hat wenn euch mein Vorschlag gefallen hat würde es mich freuen wenn ihr den Creator Code Montix nutzt hier sehen wir alles mit S abgeschlossen war ein richtig geiler Run hat richtig Laune gemacht und wir sehen uns im nächsten Video bis dann haut rein ciao